So, willkommen zu einer neuen Folge, mit dabei der Basti, mit dabei der Basti, mit dabei der Basti. Sehr gut, moin. Hallo, ich bin Basti, hallo. Schick mir gerne Gucken in den Arsch. Letzte Folge, ne? Haben wir ja sowas angeteasert, dass Basti gerne richtig bekommt. Mech. So, da hinten ist Mech, oder wat? Ja. Einer Red. Du wolltest gerade anal penetrieren. Doch, ja. Als ob der jetzt den First Blood gemacht hat im Team. Als ob der jetzt die zweite Klippe gobbert. Und ich sterb jetzt, ich sag's dir. Ich hab' den Merken. Schön. Ich kniffe den. Never fucking mind. Ey, wo war'n der? Oben. Wow. Fett. Ähm, ich weiß nicht, ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr es findet, ne? Aber... Rikola. 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 Ich weiß es außen! Einer könnte Windu kommen, oben! Der letzte ist oben, Windu! Also, keine Ahnung, das heißt Heaven. Schon gleich das Spray noch. Heaven, 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 Heaven. Ja, kann's auch Cat zu sagen. Cat? Cat oben, Windu? Also, ich weiß nur, ich weiß, ich weiß nur Ram, Pommes und... Ja, ja. Aber dazu sagst du Cat einfach oben. Aber Pommes weißt ja auch, was das ist, ne? Ja, das ist hier der Vorraum zu A. Siehste? Der weiß es. Und wo ist die Mayonnaise? Ja, das ist in deinem Arsch, Alter. Boah! Boah! Warum riecht mich die Ehre gerade so? Wuhuhuhu! Boah, links, äh, außen. Boah! Okay, Alter! Danke für den Kill. Äh... Das könnte die erste Runde sein, die... Außen wahrscheinlich, ne? Also von Eingang. Eingang, Eingang! Ah, okay, die spielen ein bisschen aggressiv. Heißt einfach nur abwarten. Marvin! Ja? Wir hätten das so gut regeln können gerade. Dann hat Basti wieder da irgendwas gemacht. Nee, und dann hat Marvin einfach den nicht bekommen. Neee! Sorry. Ich hab grad'n Bombung im Hals, Alter. Im Mund. Entschuldigung. Ein Eukalyptusbomb. 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 Euk... Der mit dem Eu und dann mit dem Kuh. Außen kommt schon. Ohhhh... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich hab' den Jungen einfach nen Header gegeben, glaub' ich. Ich bin so beschissen, Alter. So sorry, Basti. Du hast dich dann auch mit deiner Granate selbst gekillt. Da ist einer drinne. In Mech. Scheiße. Mech hat 60. Einer muss jetzt durch. Ich hab' keinen Puller, Alter. Ich geh' das. Ich mach' das. Warum denn, Basti? Moin! Spricht darauf Moin! Moin! Tschüss! Da kommt einer, ne? Oh! Hast du den gegeben, Junge? Äh, Heaven, glaub' ich. Also, oben da. Ich wusste es, Alter. Außen. Was? Da und da, Basti. Was ist Basti? Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Ich war mir nicht sicher. Ist da noch einer? Der andere ist... Vorraum. Pommes oder Hot? Nee. Ja, kommt Pommes wahrscheinlich oder Tür. Ja, der war... Nee, Pommes. Deshalb, Jungs. Guckt einfach. Maybe stop sweating from ass. Ah ja, okay. Deswegen guckt man gerne auch noch Pizzen. Sweating from ass? Schwitzen vom, vom Arsch? What? Ja. Alles klar. Ich schwitz auch am Arsch, ey. Kennst du nicht? Nein, ich wollte die Bombe. KMN-Member, gib mir die Bombe. Oder bin ich nicht mehr? Alles gleich noch unter dem Fall. Was? Was? Die Granate? Na, die war schlecht, die Granate. Ne, ne. Nehm dir! Oh, Mann! Alter! Jetzt schlichte Narke. Stürbt doch, Alter! Alles klar, okay. Was denn? Dass ich kacken muss. Oh, aber anders. Stürbt doch! What the fuck? Dass ich kacken muss, Alter! Okay, Bruder. Geh doch! Ich kann nicht, er dauert zehn Minuten. Ja, okay, jetzt über drei. Oh, Leute, wir haben einen gekickt. Alles klar. Ich übertreib nicht. Maybe more try hard. Hast du es vielleicht wissen willst, das ist eigentlich noch eine Untertreibung, weil eigentlich ich traue ich zwangt, ne? Together we can believe. Ähm. Ähm. Geil, ja. Die finden sich selber. Ja, lol! Ja, Moin. Ja, Basti, da für dich. Sigi ist gut. Nice game! Gold eins! Danke! Hahahaha! Hahahaha! Spiel einmal mit mir, Alter. Ich fick dir Leben, Alter. Wir haben keinen Bock mehr. Oh mein Gott, Alter! So schlecht war ich jetzt auch nicht. Aber dann... Hat doch keiner gesagt. Hey, ich kann Overwatch machen? Ja, und Sieg auch. Overwatch dient der CSGO. Oh, nice game, würd ich sagen, hm? Dann bist du in der nächsten Folge, ne? I got bitches, I got hoes. Ciao. Ja. Ja.